Die Ameise und der Grashüpfer An einem schönen Sommertag hüpfte, zirrte und sang ein Grashüpfer aus vollem Herzen in einem Feld. Da kam eine Ameise vorbei, die schwer schleppend Maiskolben zu ihrem Nest brachte. »Warum kommst du nicht hier und wir können ein wenig quatschen, anstatt dich so herumzuplagen?«, fragte der Grashüpfer. »Nun, ich muss jetzt Vorräte für den Winter anlegen,« antwortete die Ameise, »und ich empfehle dir, das Gleiche zu tun.« »Warum jetzt schon an den Winter denken,« entgegnete der Grashüpfer, »wir haben doch genug zu essen.« Aber die Ameise setzte unbeirrt ihre Arbeit fort. Als dann der Winter kam und der Grashüpfer nichts zu essen hatte, sah er, wie die Ameise tagein, tagaus von ihrem eingelagerten Mais lebte, während er selbst hungern musste. Da wusste der Grashüpfer, dass es wichtig ist, für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. Ende